Ach, taucht er erst am Ende auf? Ach, klar, sicher, der taucht auf am Ende auf. Das hatte ich schon wieder fast vergessen. Klar, der taucht ja am Ende erst auf. Das hatte ich doch schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall werden wir hier schon, da, hier werden, werden wir schon eine ziemliche Herausforderung haben. Die Leute sind nicht gerade schwach. So, sprich, die können auf jeden Fall schon was. Ah, und da haben wir schon wieder die großartige Top-Genösung. Das hat jeder Trainer x-mal beliebig viel. Und da sehen wir, schläft weiter. Und schläft noch eine Runde. Ah, Gott sei Dank mal aufgewacht. Digiarsauger. Oh, das sind wehgetan. Ja, zieh nicht so viel. Soll mal ein bisschen weniger ziehen, ey. Verwurzler. Nimmt über seine Operationärstoffe auf, ja, wissen wir. Aber unser Fliegen müsste nicht da und bekommen. Und das ist Gott sei doch der Fall. Und, tschüss. So, Level 44. Spielebesicht. Blöden Arztrainer. Und, er hat ein bisschen weiter hier rum. Weil ich habe absolut keine Ahnung, wie diese, wie dieser Mechanismus hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier mehrmals durchgestölpert. Ich habe hier wirklich alles abgesucht. Bin mehrere Wänge mehrmals gegangen. Einfach nur, um nachzuschauen. Aber, ich habe hier absolut keine Ahnung. Also, da ist die Siegelstraße wirklich, da muss ich sagen, top. Da habe ich ab nochmal keine Ahnung. Sonst, die meisten Siegelstraßen, no problem. Unter anderem halt in Gold und so, ne. Da, überhaupt kein Problem. Scheiße. Ja, muss ich kämpfen. Da zwingen die Gegner mich doch hier durchzukommen. Die zwingen mich doch gegen sie zu kämpfen. Lebo Mentors. Ja, das ist, okay. Das Pokémon ist in Ordnung. Aber das hätten jetzt hier die beiden Arenaleiter aus Arena 7, ne. Die hätten dieses Pokémon gehabt. Und das Pokémon ist scheiße. Speziell weiterhin steigt, ist in Ordnung. Und da ist wieder die Top Genesung. Ja, wir haben das Zeug ja auch, ne. Wir haben das Zeug ja auch. Deswegen können wir es ja auch benutzen, wie wir es wollen. Naja. Ich werde auf jeden Fall genügend Top Genesung noch mit aufnehmen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn wir jemals durchkommen werden. Ja gut, jemals. Wir werden hier schon sicher durchkommen. Irgendwann. Es dauert zwar Jahrhunderte. Und länger. Aber wir kommen hier durch. Takeru hat AP Plus gelernt. Ja gut, ich glaube, hier hinten ist nichts mehr. Nein. Scheiße, Akasse. Da müssen wir natürlich auch kämpfen. Natürlich. Ich bekomme Lampenfieber. Gut, ich glaube, da oben war es jetzt aber ein Fehler. Da kommen wir wieder da zurück, glaube ich. Ich weiß es ja nicht mehr, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Wenn ihr dieses Let's Play anguckt, um eventuell zu wissen, Ah, da muss ich hin und da ist schon wieder das Volltreffer. Verficktes Dodri. Scheißviech. Mistviech. Verreckt, ey. Scheiße, sowas, ey. Ja! Mann! Jeder verfickte Trainer hier hat einen Drecks-Top-Genesung, ey. Was soll man die Scheiße denn besiegen, wenn sie ständig wieder aufgeheilt sind, ey? Schreckt doch mal zurück. Gib mir mal Pro-Pro-Glück. So was nervt mich ein bisschen, ey. Was muss ich sagen? So was nervt. Wirklich abnormal, ey. Ne, auf jeden Fall, Leute. Wenn ihr dieses Let's Play anguckt, um zu gucken, Ja, welche Richtung muss ich denn jetzt eigentlich durch, um die Siegestraße durchzugehen? Guckt euch ein anderes Let's Play an. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele hier, also ich weiß, wie es weitergeht, ne? Sonst hätte ich ja auch hier nicht so easy durchgefunden, ne? Ich weiß, was die Gegner für Pokémon haben. Ich weiß, was für Drecksantacken die haben. Ich weiß sogar, wie viel mal sie Top-Genesung einsetzen. Ne? Aber ich weiß nicht den Weg der Siegestraße. Dann weiß ich nicht auswendig. Ich weiß ungefähr so, dass wir hier noch mindestens 4, 5, 6, wenn nicht noch mehr Trainer besiegen müssen. Damit wir endlich da sind und am Ende treffen wir sowieso so. Wie? Tackle geht daneben. Leute, ich will, der treffen will. So, auf jeden Fall weiß ich nicht, wo wir hin müssen dann, ne? Nur, damit ihr bescheißen wisst. Dreck, ey, dass hier Tackle nicht daneben gegangen ist. Das regt mich. So was regt mich auf, Leute. So was finde ich nicht nice. Na ja, kommen wir dahin, wo wir gerade waren. Dann müssen wir einen Top-Schutz benutzen. Okay, da hinten oben ist ein Steinreizel. Wieder mal. Da müssen wir kurz anschieben. Um ein Item zu bekommen, ernsthaft. Und dafür bin ich den gesamten Weg gekommen. Bisschen Verschwendung, würde ich sagen. Oh, da kommen wir rein. Na ja, da kommen wir gleich in den nächsten Trainer rein. Was soll da? Ich will nicht gegen Trainer kämpfen. Ich hasse Trainer. Und wenn die auch wieder zwei Pokémon haben. Zwei Pokémon, die komplett unnützig sind. Wahrscheinlich kann das Mistviecher auch noch Erdbeben. Oh, das schätzt, da soweit schätze ich die Scheiße hier ein. Na, geht doch. Schreck zurück. Und da ist die Top-Genesung mal wieder. Top-Pünktlich. Ja, ich habe auch so eine Top-Sache da hier. Top-Pünktlich. Wie, das trifft nur so wenig? Wie? Ich dachte, das Spiss ist stark. Ich dachte, Stärke wäre stark. Was soll denn das? Ich dachte, Stärke ist stark. Nicht ohne Grund fängt das mit stark an, ne? Das ist blöd. Ein Volnona und wir haben kein Wasser-Pokémon. Das ist scheiße. Aber mal so richtig. Ich wollte jetzt gerade eher, dass du keinen Flammenwurf kannst. Aber wahrscheinlich hast du das Pokémon zu früh entwickelt. Und natürlich brennen wir. Mini-Wahrscheinlichkeit ist es... Ja, klar. Sieh, 15 KP. Nee, ist klar. Ziehen wir erstmal schön. 15 KP. Wollt ihr mich hier eigentlich verarschen, oder was? Ein Pokémon nach dem anderen. Was? Wie? Schlitzer trifft nicht. Ich bin vier Level höher als du. Down. Down. Wie? Willst du den Kampf gewinnen, oder was? Meine Fresse. Das kann es doch nicht sein. Dass ich der einzige Spieler hier bin, dem diese Scheiß-Status-Veränderungen so am Arsch gehen. Und einem so viel Pech geben. Das kann es doch nicht sein. Und dass mein Computer-Gegner hier sofort nach einer Runde entweder aufgewacht ist, nicht mehr verwirrt ist und die Paralyse wirkt nicht bloß schreckt zurück. Alles am Arsch vorbei. Es trifft alles, was der Gegner einsetzt. Oh, oh. Thema Genauigkeit. Ne? Doppelteam. Mein Gegner trifft sofort. Egal was kommt, er trifft. Selbst mit einer Attacke, die nur 5% Treffer-Chance hätte, würde der Wichser auch noch treffen. Ja, Leute, ich bin ausfallend, aber... Leute, es ist euch nicht mal wirklich auch so gegangen. Euer Gegner setzt einmal Doppelteam ein. Ihr könnt ihn niemals mehr treffen. Ihr trefft ihn nie wieder. Und ihr seid schneller da und als ihr sehen könnt, ey. Oder ihr denkt, wow, ihr macht jetzt Doppelteam. Euer Gegner machen eine K.O. an TACO da mit Hydro-Pumpe. So, Leute. Dann bekommt ihr erstmal den vollen Treffer. Es trefft natürlich, ist ja klar. Und das Zweite. Wenn euer Pokémon nicht Down bekommt, dann geht es aber Down, weil es ein Volltreffer wird. Ist immer so. Dann kriegt ihr noch einen verdammten Volltreffer reingekracht, ey. Nur damit ihr auch zu 100% Down seid. So fair sind die Gegner hier. Nein, so fair ist das Spielzeug. Dass ihr auch nochmal 100% Down geht. Wir wollen keine halbe Sachen machen. Nee, 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 Leute. Dafür sind wir nicht bekannt. Wir machen hier keine halben Sachen. Das sagt sich die Pokémon-Markt schon seit Jahren. Ist aber trotzdem manchmal nervig. Was ich hier bei mir am meisten nervig finde, sind die Trainerkämpfe. Weil ich wirklich Schnauze voll habe. Ich hasse Trainerkämpfe langsam. Schön und gutes Training, aber was bringt mir der ganze Scheiß, wenn ich die ganze Zeit nur am Kämpfen bin, ey. Ne, da habt ihr ja auch nicht so wirklich Fun dran. Da habe ich selbst keinen Fun dran. Und die ganze Zeit nur wie ein Wahnsinniger am Kämpfen, ey. Ich glaube, da kann ich mir auch wirklich schönere Dinge vorstellen. Dann, 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 dann. Okay. Dann müssen wir anscheinend wieder da hinten. Wie gesagt, ich habe ab, normal, keine Ahnung. Es kann sein, dass ich mich hier mehrmals in Richtung Scheiße bewege. Ja, das ist normal. So, ich glaube, hier war das jetzt nur der Trainer. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich kenne den Trainer und der ist Scheiße. Ich habe den dreimal schon besiegt. Und ich weiß, dass er Scheiße ist. Vier hat er sogar. Vier Pokémon und jedes ist Scheiße. Der Kollege hat mich sogar erledigt. Ja, der hat mich einmal besiegt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich glaube, viermal. Äh, dreimal habe ich gegen ihn gekämpft. Dreimal habe ich gekämpft. Einmal verloren, zweimal gewonnen. Beim zweiten und dritten Mal wusste ich ja, was der Wichser für Pokémon hat. Deswegen konnte ich ihn erledigen. Aber davor... Ich weiß nicht, wie viel Glück ein Mensch haben kann, aber... Das Pokémon-Spiel hat gegen mich abnormal viel Glück, ey. Das regt einen richtig auf. Voltenso, ernsthaft. Voltenso. Das Team an sich von ihm ist nicht schlecht. Das muss ich sagen. Das nervt aber ihn trotzdem. Geil, Level 48. Tengul ist ja da passend. Passend, dass Logok gerade draußen ist. So, der hat mich auf jeden Fall besiegt gehabt, aber auch Gott sei Dank im Let's Play nicht. Das wäre jetzt scheiße. Er dürfte mir den ganzen scheiß Weg noch mal scheißmäßig noch neu machen. Wir sind, glaube ich, hier reingegangen. Sind wir hier reingegangen? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Kann sein, dass ich mich irre. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Ich glaube, wir waren ja noch nicht. Sieht jedenfalls so aus, als wären wir hier noch nicht gewesen. So, jetzt noch Geradax Zertrümmerer. Mann, ich habe doch jetzt noch einen Fight gegen einen ganz starken Gegner. Warum muss ich jetzt immer noch gegen einen Penner kämpfen? Echt, ey. Jetzt habe ich endlich mal den Weg herausgefunden. Ein Noctus Girl. Und ich habe gerade Magneien draußen. Echt, ey. So viele Chancen. Und es kommt genau das Pokémon raus, was es nicht unbedingt sein muss. Wer wird es lachen? Oh Gott, das ist nicht allzu schlimm. Feierfeger. Gut, down. Ich glaube, wir haben keinen Belieber mehr, ne? Ich meine, er hätte nämlich ein Altaria auch noch da. Scheiß Pokémon. So, den meine ich. Hallo, Takeru. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Ich habe es bis hierher geschafft und das verdanke ich dir. Takeru, meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen. Für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Für den wurde sogar ein extraer Raum gemacht gehabt. In dem neuen Pokémon-Spiel. Und da ist schon das Altaria. Klasse. Da ist schon das Altaria. So, jetzt versuchen wir mal die Taktik Verwirrung zu machen. Und ihr seht, wie es klappt. Gar nicht. Erstmal schönen Drachentanz geben. Angriff noch mehr steigern. Der Angriff ist ja auch noch nicht so stark. Nö. Boah. Mein Pokémon wäre schon down gewesen. Hä? Okay, sein Pokémon wurde nur ein bisschen verletzt. Und er setzt jetzt schon Supertrank ein. Ja, gut. Ja, down. Ich wechsle lieber zu Abra. Es ist natürlich nicht mehr verwirrt. Warum auch nicht, ne? Logok. Wie, 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 was? 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 Ist Drachentanz so super mächtig, dass man super schnell ist? Oder was? Ja, scheint ja irgendwie so, ne? Das, ähm, super ist, äh, dass das schnell ist. Ah, Top-Leber haben wir doch. Hätte ich vorher wissen müssen. Hätten wir vielleicht was ausrichten können noch. Aber so. Ich bezweifle nicht, dass der auch ein Top-Genesung in der Hand hat. So, ich muss jetzt mal gucken, wie viel Biss ich noch habe. Weil das müssen wir noch wissen. 14, das ist in Ordnung. Und er ist schneller. Meine Fresse zieht der Anger viel. Bodyguards. Gegner wird von einem Schleier umhüllt. Okay, Altaria ist down. Was für ein Glück. Level 46. Neustes Pokémon ist eine Nekoro. Dann sagen wir aber schon mal Beleber. Ah, Logok. Zuschuss. Egelsam, das ist nicht gut. Ne, überlassen wir Logok. Das überlassen wir Logok. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt richtig, wäre jetzt richtig ausgerastet, wenn da jetzt Psychokineso oder Eroas rausgekommen wäre. Ich hätte den Scheiß verflucht. Mit Weinwasser bespritzt sogar, ey. Hätte gesagt, das kann es doch nicht sein. Die haben 16 Attacken und er nimmt genau diese Chancen raus, ey. Guardivore, geil. Da ist das Pokémon endlich. Ja, sein Trassler hat sich weiterentwickelt. Zu einem Guardivore. Deswegen brauchte ich Magneini unbedingt. Ach, der hat 12 Pokémon. Weißt du nicht, ich dachte, der hätte 4. In den neuen Alpha Saphir hat der einen Galagladi. Damit er es passt und was für ein Zufall in dem Mega in Form weiterentwickeln kann, ne? Ganz zufällig natürlich. Ganz zufällig. Bodyguard lässt, ne? Super, Guardivore ist down. Super. Ich freue mich. Roselia. Deswegen konnte er Zauberblatt und Egel sagen. Los, Logok. Mach es down. Mach es down, Blatt. Dein Spaß. Feuerfeger. Und bam, down. Als nächstes kommt ein Magneton. Hätte ich nicht erwartet, aber... Soll mir eigentlich relativ... Lusch... Soll mir relativ egal sein. Wow, Takeru, du bist unglaublich stark. Oder so? Ich habe es nicht gelesen, Sarain. Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Alles klar, hau rein. Ja, Schutzweg nicht mehr ist mir auch relativ schnuppern. Leute, wir sind in der Pokémon-Liga. Wir sind in der Pokémon-Liga. Yeah. So, Leute, ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal ganz, ganz schnell einen Cut, ey. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Saphir wieder. Ich brauche jetzt erstmal unbedingt eine Pause. Und muss erstmal ordentlich Offscreen trainieren, da die Top 4 abnormal schwer werden wird. Das heißt, Leute, ich werde mich jetzt eine kurze Pause machen und dann werde ich mich ans Offscreen trainieren, dran setzen. Und dann, Freunde, sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Saphir wieder. Bis denne und haut raus. Ciao.